Dialog 1. Essen und Essgewohnheiten Mein Name ist Martina. Für mich ist das Frühstück immer sehr wichtig. Ich trinke immer ein Glas Orangensaft und ein großes Müsli mit Obst und Milch. Am Vormittag esse ich in der Pause meistens noch einen Apfel oder eine Banane. Mittags habe ich keine Zeit neues Essen zu kochen. Deshalb esse ich oft die Reste vom Abend. Manchmal mache ich mir eine Suppe und esse dazu ein Ei oder ein paar Nudeln, wenn nichts mehr da ist. Am Nachmittag esse ich oft einen Müsli-Riegel oder ein Nutella-Brot und trinke dazu einen Tee. Am Abend esse ich immer mit meiner Familie. Die ganze Familie ist da, und es ist richtig schön. Wir essen sehr oft Kartoffeln oder Nudeln mit Fleisch oder Fisch. Mit meinen Freundinnen gehen wir am Freitagabend manchmal in ein Fast-Food-Restaurant, und da esse ich Pommes mit einem Hamburger. Ich liebe Hamburger, aber meine Mutter sagt, dass es nicht gesund ist. Mit meinen Eltern gehe ich deshalb nie ins McDonald's, aber manchmal gehen wir in eine Pizzeria. Dort esse ich dann Nudeln, denn ich mag Pizzas nicht gern. Mein Name ist Anita de Groot. Mein Vater ist Niederländer, und meine Mutter Deutsche. Aufgewachsen bin ich in Maastricht, sehr nah an der deutschen Grenze. Meine Eltern haben mich zweisprachig erzogen. Mit meiner Mutter habe ich nur Deutsch gesprochen, und mit meinem Vater Niederländisch. Das war für mich natürlich ein großer Vorteil in der Schule. Im Deutschunterricht war ich immer die Beste. Ich komme aus einer Medizinerfamilie. Also, bin ich natürlich auf ein naturwissenschaftliches Gymnasium gegangen. Da habe ich dann mit 18 das niederländische Abitur gemacht, und direkt einen Studienplatz für Medizin bekommen. Zwei Wochen nach Studienbeginn, bin ich für eine Routineuntersuchung zu meinem Arzt gegangen, und habe erfahren, dass ich schwanger war. Das war damals ein großer Schock für mich. So, hatte ich das alles nicht geplant. Also, habe ich erst einmal eine Studienpause eingelegt. Als mein Sohn Milan dann vier Jahre alt war, habe ich weiter studiert. In den Niederlanden darf ein Kind nämlich schon mit vier Jahren die Schule besuchen. So, hatte ich dann wieder genug Zeit für mein Studium. Das war alles sehr stressig. Aber meine Eltern und meinem Mann haben mir in diesen sechs Jahren sehr geholfen. Heute, bin ich 34, und Kinderärztin in einem Krankenhaus in Deutschland, und sehr glücklich. Dialog 3 Beruf und Berufswünsche Hallo! Ich bin Bernd Müller, und ich arbeite seit fünf Jahren als Koch in einer Firmenkantine. Viel lieber würde ich in einem Restaurant kochen. Ich hätte zwar am Wochenende nie frei, aber die Arbeit wäre irgendwie kreativer. Ich könnte ganz andere Speisen zubereiten, und die Gäste würden es auch mehr schätzen. Den Mittagstisch in der Kantine vorzubereiten, ist doch keine große Herausforderung. Die Gäste kommen, wollen schnell satt werden, und gehen dann auch wieder. In einem Restaurant, könnte ich mir Zeit nehmen, und mit den Gästen auch kurz sprechen, wie es ihnen geschmeckt hat. Dialog 4 Missverständnis in der Sprache Hi, mein Name ist Jennifer, und ich komme aus Portland, Oregon. Folgendes habe ich erlebt. Als ich nach Deutschland gezogen bin, hat mich mein Chef zum Essen eingeladen. Aber am Nachmittag der Einladung, hat mich meine Mutter angerufen, und mir erzählt, dass mein Onkel gestorben ist. Ich war sehr sehr traurig. Darum bin ich zu meinem Chef gegangen, und die Einladung abgesagt. Mein Chef hat sich gewundert und gefragt. Aber warum denn? Deshalb habe ich es ihm erklärt. Ich habe heute einfach keine Lust zum Feiern, denn ich bin so blau. Mein Chef war ganz entsetzt und hat gesagt. Können Sie das wiederholen? Ich glaube, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Deswegen habe ich noch mal gesagt. Bitte, entschuldigen Sie, aber ich kann nicht kommen, weil ich so blau bin. Wie bitte? Jetzt schon? Sie trinken mitten am Nachmittag und bei der Arbeit Alkohol? Da habe ich gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe. In meiner Sprache bedeutet blau sein nämlich traurig sein und nicht betrunken sein. Aus diesem Grund gab es ein Missverständnis. Deshalb habe ich ganz schnell korrigiert. Entschuldigung. Ich meine nicht, dass ich getrunken habe. Ich bin traurig, weil mein Onkel gestorben ist. Dann hat mich mein Chef verstanden. Das war so peinlich. Aber später haben wir noch oft über dieses Missverständnis gelacht. Dialog 5. Was ist dein Hobby? Mein Name ist Sarah. Ich bin 28 Jahre alt. Ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Mein Lieblingshobby ist Fernsehen. Wenn ich fernsehe, esse ich oft etwas. Oft Obst, aber manchmal auch Schokolade oder Chips. Ich finde das eigentlich nicht so gut, aber es ist lecker. Und wenn etwas spannend ist, muss ich etwas essen. Ich will aber nicht, dass meine Kinder das auch machen. Deshalb schaue ich nur fern, wenn meine Kinder schon im Bett sind. Meine Kinder sind noch klein. Drei und vier Jahre alt. Sie sollen noch nicht fernsehen. Mein Mann sagt immer, dass ich nicht essen soll beim Fernsehen. Er meint, dass man davon dick wird. Ich glaube, er hat ein bisschen recht. In meinem Heimatland ist das ein bisschen anders. Da schauen die Leute nicht so viel fern. Man geht abends zu den Nachbarn. Oder in ein Café. Oder einfach nach draußen. Und dann spricht man und hat Spaß. Oder man grillt zusammen. Bei uns ist es aber auch nicht so kalt. Wir können das ganze Jahr auch abends rausgehen. Das finde ich eigentlich besser. Aber hier in Deutschland, es ist jetzt sehr kalt. Deshalb schaue ich abends oft fern und esse dabei etwas. Dialog 6. Was machst du im Internet? Mein Name ist Mariam. Ich bin Türkin. Ich bin aber in Österreich geboren. Heute, erzähle ich euch, was mache ich im Internet. Los geht's! Heutzutage, spielt das Internet eine große Rolle im Leben von Menschen. Ich bin eigentlich täglich im Internet. Ich mache viele Dinge im Internet. Zum Beispiel, Fotos von Freunden anschauen auf Facebook. Ich nutze Facebook schon sehr oft. Vor allem den Chart. Ich schreibe auf Facebook auf Deutsch und auf Türkisch, je nachdem. Aber mehr auf Deutsch. Das Internet ist für mich wichtig, damit ich den Kontakt mit Freunden und Familienangehörigen in der Türkei halten kann. Ich sehe sie ja nur sehr selten. Meinen Cousinen, schreibe ich E-Mails, wenn ich ihnen etwas Wichtiges zu erzählen habe. Ich bin ein bisschen altmodisch. Ich lese am liebsten die Tageszeitung oder informiere mich über die Nachrichten im Fernsehen. Nur wenn etwas Besonderes passiert ist, suche ich auch im Internet nach Infos. Aber das kommt eigentlich nicht so oft vor. Online-Zeitungen mag ich einfach nicht. Ich sitze total gern in meiner Küche, trinke Tee und lese dabei die Zeitung. Ich bin der Meinung, dass das Internet viele Vorteile und einige Nachteile hat. Aber im Vergleich finde ich, dass die Vorteile überwiegen. Ich wollte Deutsch lernen, aber weil ich auf dem Land lebe, habe ich keinen Deutschlehrer gefunden. Deshalb habe ich im Internet gesurft und konnte einen Deutschlehrer finden, und jetzt habe ich schon Deutsch gelernt. Ich kann sagen, das klappt toll, Deutsch im Internet zu lernen. Ich finde es schön, dass ich beim Lernen gemütlich zu Hause bin. Andererseits, muss man auch aufpassen, dass man auch Zeit mit der Familie zu verbringen. Und wenn ich jetzt nicht mit der Familie bin. Das ist ein paar Minuten. Vielen Dank.